Hallo, wir sind das Orga-Team von Let's Zeppelin. Ich bin Tina Steensche. Ich bin der Sven von Neurot 75. Und ich bin Ralf Blub und Blub. Wir befinden uns hier an der Original-Location, wo nächstes Jahr im August, genauer gesagt am 19. August 2017, unser Event stattfinden wird. Zu unserer linken sehen wir den Original Zeppelin-Hanker. Und wenn man sich noch weiter umdreht, sieht man einen Zeppelin in seiner ganzen Größe. Ja, und wir alle freuen uns gemeinsam, wenn wir uns nächstes Jahr hier an der Location wiedersehen würden. Weitere Infos dazu findet ihr auf www.letzzeppelin.de Oder auch unter Facebook oder Twitter. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Michael Tschischke. Ich gehöre zur Geschäftsleitung von Zeppelin.de Und ich freue mich heute ganz besonders, dass wir besprechen konnten, im nächsten Jahr das Let's Zeppelin Geocaching Event mit durchzuführen. Zeppelin und Geocaching ist eine ganz neue Kombination. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich über jeden, der Ihnen mithilft und uns dieses Event möglich zu machen. Ich bin sehr gespannt. Untertitelung des ZDF, 2020